Ganze zwölf Monate soll die neue Einzelausstellung »Mit den Bildern atmen« mit Werken des Künstlers Gotthard Graupner im Arp-Museum Bahnhof Rolands Eck dauern. Nach der fulminanten Muhr-Ausstellung 2017 mit Besucherrekorden suchten die Ausstellungsmacher wieder ein großartiges Werk, das in die von Richard Meyer gestalteten, lichtdurchfluteten Räume des Arp passt. Graupner, der von 1930 bis 2013 lebte, zählt zu den wichtigsten Vertretern abstrakter Malerei der Gegenwartskunst. Ausgangspunkt des Ausstellungskonzepts im Arp-Museum bilden zehn Schwarz-Weiß-Fotografien, die der Künstler während einer Reise 1976 nach Bhutan aufnahmen. Das meditative Moment der rituellen Tänze buddhistischer Mönche begleitet den Zuschauer bei seiner Begegnung mit Graupners farbintensiven Werk. Objekthafte Farbraumkörper erfüllen mit ihren großen Formaten den Raum. Beginnend mit Grau, Braun und Schwarz wird die Palette zunehmend bunter und von leuchtender Farbigkeit. Die Farbe selbst repräsentiert nichts, sondern wird ob ihrer Wirkung selbst zum Gegenstand. Die Wahrnehmung wird zum Sinnlichen, geradezu Meditativen erleben. Das Atmen als zentrales Element der Meditation war denn auch bestimmend für den Titel der Ausstellung »Mit den Bildern atmen«. Die Ausstellung läuft bis zum 10. Februar 2019.